Du musst, du musst, du musst, du musst ein Upsell-System haben. Ich kann das gar nicht deutlich und oft genug sagen. Eine Formel für höherpreisige Speerspitzen lautet Move the Freeline. Das bedeutet, je mehr hochklassigen Gratis-Content du verschenkst, umso leichter kannst du später einen besonders hohen Preis einfordern. Warum? Weil das Risiko dann nicht mehr beim Kunden ist. Er kann sich ja vorher von deiner Leistung überzeugen. Das ist die faireste Form von Verkauf und Marketing. Gib viel umsonst. Wenn der Kunde das mag, dann sag ihm, wenn du das magst, was ich dir umsonst gegeben habe, dann wirst du lieben, was ich außerdem noch für dich habe. Es geht ja nicht nur um die Kundenzahl und um den Preis, sondern auch darum, wie oft ein Kunde von dir kauft pro Jahr. Und die meisten Unternehmer haben das gar nicht auf dem Radar, dass der Kunde ein-, zwei-, dreimal-, viermal so viel kaufen könnte oder auch fünfmal so oft kaufen könnte oder drei-, viermal so oft kaufen könnte. Und das hat damit zu tun, dass die meisten Unternehmer kein klares Upsell-System haben. Denn du musst einfach Upsell verstehen. Du musst verstehen, warum ein Billiardspieler auf die weiße Kugel achtet und nicht nur versucht, eine neue Kugel zu versenken. Du musst, du musst, du musst, du musst ein Upsell-System haben. Ich kann das gar nicht deutlich und oft genug sagen. Achtung, die Upsell-Pyramide ist ein Upsell-System. Und das meine ich auch wirklich so, ein System. Du brauchst also einen ganz klaren Plan, wann jeder neue Kunde in einer bestimmten Zeit und auch in welcher Sequenz alles von dir angeboten bekommt, was deine Firma so alles hat. Also wenn der etwas gekauft hat, wann bekommt er das nächste, wann bekommt er dann das nächste, wann bekommt er dann das nächste und so weiter. Du brauchst also eine Funnel-Sequenz nach der anderen oder du brauchst eine Aneinanderreihung von Funnels hintereinander. Du musst auch wissen, wie groß sind die Abstände dazwischen. Das heißt, dein Kunde sollte die Möglichkeit bekommen zu erfahren, was deine Firma so alles anbietet. Und das nenne ich Customer Journey. Das ist der Weg unseres Kunden.